Musik 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 Wir haben das genannten Reise im Theater von Greise, in dem wir die Verpflichtung der Pariser Klimaschutzziele eingehalten und die genannten Reise im Klimawandel umgesetzt haben. Wir haben uns in unserer jene Frage, welche Entscheidungen wir in der Zeit von Freitag vorgestellt haben. Ja, und darum schauen wir heute auf Jahr 2030 wieder. Wir haben fünf Blicke von fünf engagierten Initiativen, die wir uns jetzt anschauen werden. Ein kurzes Statement zum Thema Mobilität von der Dabobi, zum Thema Grünraum von der Idee Akademie für alle, zum Thema Wirtschaft von der Park in den Neustadt, zum Thema Energie vom Klimawandel in den Neustadt und dann noch so ein Abschluss des Abschlusses in den Kamen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Im Jahr 2030 hatten wir Neustadt am liebsten Grünes Stadtzentrum. Das ist ein kurzer Zentrum, wo manche Bekannten fragen, wo man Kinder auslösen kann. Im Jahr 2030 haben wir noch geschafft, dass wir fünf Detail haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020